Neulich hat mich jemand gefragt, Frau Kinzer, was ist denn Ihre Meinung eigentlich zum Bierpreis? Wenn ich jetzt wirklich meine Meinung zum Bierpreis bilden sollte, dann müsste ich ja diese Meinung erst einmal auf wirklich eine wissenschaftliche Basis stellen. Dann müsste ich ja erst mich durch alle Boatzen und Biergärten durcharbeiten, bis ich dann einmal so eine statistische Grundlage beieinander habe, auf der ich mir dann meine Meinung bilden kann, aus meiner Kompetenz heraus.